Salatvariation mit gebratenem Saitan, vegane Kürbisrahmsuppe oder veganes Tiramisu. Fleischlos muss nicht einfallslos sein. Das beweist seit einiger Zeit auch die Kastanienlaube in Judenburg und bietet als regionaler Vorreiter vegane Spezialitäten an. Zusätzlich gibt's auf Initiative von Nicole Korber, diplomierter Ernährungstrainerin aus Feistritz bei Knittelfeld, den ersten Veggie-Stammtisch des Murthals. Willkommen ist dabei jeder, der sich für Ernährung ohne tierische Produkte interessiert. Neben spannenden Fachvorträgen warten vegane Genüsse, Diskussionen und Erfahrungsaustausch auf die Besucher. Informationen und Anmeldung gibt's unter info at ab heutegesund.at oder unter 0664 30 14 899.